Ich bin der Mario, ich bin 17 Jahre alt und mache bei der Firma Ethicher Elektrotechniker Lehre und bin im dritten Lehrjahr. Besonders gut gefällt mir das abwechslungsweiche Arbeiten, dass nie etwas monoton ist und dass auf jeder Baustelle alles anders aussieht. Weil man das takt hat, mit Strom zu arbeiten und die Herausforderungen zu bewältigen. Also mir dann Kavitassen montieren, Schläuche legen und sonstige elektrotechnische Arbeiten irgendwie anschließen. Aber es ist immer ganz was anderes. Man muss mit Köpfchen arbeiten, handwerklich geschickt und genau arbeiten. Na ja, cool ist immer mit großen Anlagen zu arbeiten und mit großen Kabeln zu ziehen. So mit Steiger und so. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.